Meine Aufgaben sind Liefertermine mit den Kunden zu vereinbaren, Listen bearbeiten, Kaufverträge ändern, Finanzierungen abschließen und Reklamationen bearbeiten. Am meisten Spaß macht mir der Kontakt mit den Kunden, dass ich am Ende zufrieden stelle und der Umgang mit den Kollegen. Für die Ausbildung sollte man selbstständig arbeiten können, man sollte freundlich sein, sehr offen sein. Ich bin schon mal ein Praktikum bei XXXL gemacht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wurde auch gleich eingestellt. Am Anfang haben wir ein Azubi-Event gehabt, sprich alle Azubis im ersten Lehrjahr haben uns versammelt, sind klettern gegangen und dann gibt es einmal im Jahr auch eine Betriebsfeier, da versammeln wir uns alle oben im Restaurant bei uns und feiern ein bisschen, es macht sehr viel Spaß. Es gibt sehr viele Schulungen bei uns im Unternehmen, nicht nur in Deutschland, zum Beispiel auch in Österreich, da lernen wir alle Produkte sozusagen, wir kennen alle Holzarten, alle Polsterarten, also wir lernen wirklich alles so viel, dass wir auch mit den Kunden sehr gut umgehen können, dass wir den Kunden auch verstehen. Das Tolle an XXXL ist, dass wir über 30 Filialen in Deutschland haben, sprich man könnte überall arbeiten, wir bekommen auch Mitarbeiterrabatt, man kann sich nach der Ausbildung sehr hoch arbeiten, sprich man kann zur Büroleitung werden, man kann sich zur Chefsekretärin hocharbeiten oder wer weiß sogar zum Hausleiter. Dass wir auf jeden Fall sind, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass wir den K Martin so sehr hoch ist, ich weiß nicht, ob es nicht, dass wir den K Martin so sehr gut sind.